Sehr gut. Spitze, Helmischbach ist einfach spitze. Ja, sehr gut. Das Wetter spielt mir toll. Von Heppenheim hier rübergelaufen wegen Olzen. Vor zehn Jahren sind wir zurückgekommen nach Helmischbach und jetzt wohnt man hin. Jetzt hat man es. Hallo. Ich bin die geilste Kerbe der Welt. Kann ich nur empfehlen. Die Kerbesau ist tot. Ja gut, ich bin von 4.5. Super, es geht voll ab und gute Stimmung. Einmal probieren. Gut. Einmal rübergeln. Ganz besonders. Eine nette Bevölkerung, die immer gut drauf ist und immer feiern möchte. Gut. 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 will ganz besonders. Untertitelung des ZDF, 2020